Das ist er, unser fertiger Löwenzahnsirup. Wie wir den gemacht haben, das zeigen wir euch jetzt. Dazu brauchen wir natürlich erstmal Löwenzahn. Meine Jungs gehen jetzt also auf die Suche nach dem besagten Löwenzahn. Und sie schauen natürlich erstmal in unserem Garten. Ach ja, das ging ja schnell. Da haben sie schon die ersten. Unser Hund Idefix, der ist natürlich wie immer auch dabei. Man muss auch hier gucken, dass man den Stängel abmacht und dann nur das hier hat. Ihr habt es gehört. Wir brauchen also weder die Löwenzahnblätter noch den Stängel. Es reichen die Blüten aus. Für unser Rezept braucht ihr mindestens 60 Löwenzahnblüten. Und hier noch ein Tipp beim Sammeln. Wenn ihr keinen Löwenzahn im Garten habt, dann achtet darauf, dass ihr auf einer Wiese sammelt, wo nicht gespritzt wird, übermäßig gedüngt oder wo vielleicht die Lieblings-Hunde-Gassi-Runde ist. Das sollte man dann doch eher vermeiden. 3, 4, 5. Ich hab 63. Und jetzt 7, 108. Boah, du hast viel mehr als ich, Mika. Für unsere Menge Blüten haben wir nun in einem Kochtopf 1,5 Liter Wasser vorbereitet, in den wir jetzt die Blüten hineinkippen. Und als nächstes gehen wir in die Küche. Kommt ihr mit? Hier wird das Ganze jetzt zum Kochen gebracht und dann einige Minuten köcheln gelassen. Und dann Deckel drauf und über Nacht stehen lassen. Wenn die Nacht vorbei ist, könnt ihr das Ganze durch ein Sieb kippen, denn die Blüten brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber fringt nochmal richtig schön das Ganze aus, damit wir die guten Inhaltsstoffe beibehalten. Ja, das muss jetzt hier reingeschüttet werden. Und was habt ihr da noch in der kleinen Schüssel? Hier in der kleinen Schüssel haben wir Zitronensaft. Und das schüttel ich jetzt hier rein. Gut, super. Nächster Schritt. Ab in die Küche damit. Diese Mischung wird jetzt wieder zum Kochen gebracht und dann auf ungefähr mittlerer Stufe mindestens eine halbe Stunde köcheln gelassen. Das kommt natürlich darauf an, wie dickflüssig ihr den Sirup dann letztendlich haben möchtet. Achtet nur darauf, dass er nicht zu dick wird, weil sonst wird er steinhart und ihr könnt nicht mehr viel damit anfangen, außer ihn vielleicht nochmal mit Wasser neu aufzukochen. Ja, und dann wird das Ganze abgefüllt. Wenn sich so viel Schaum bildet wie bei uns, dann solltet ihr den Schaum vielleicht vorher schon aus dem Topf entfernen. Dann müsst ihr das nicht später in den Gläsern nochmal rausholen. Und tadaa! Das ist unser Sirup. Und wie schmeckt's? Lecker! 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 Untertitelung des ZDF, 2020